Musik Ein nettes Let's Play am Abend vertreibt Kummer und Atem. Nein, mein Atem ist noch da. Da 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 da. Ja, da bin ich wieder mit Let's Play Hero Zero. Ihr seht unten rechts an der 1, das Wochenturnier ist zu Ende. Es ist vor einer Stunde zu Ende gegangen. Viele haben sich gewundert. Hey, warum ist es nicht 20 Uhr zu Ende? Ja, weil es auf 21 Uhr verschoben wurde. 21 Uhr ist jetzt der Stichtag, immer sonntags für das neue Wochenturnier. Und ich werde, wie gesagt, dieses Wochenturnier jetzt wieder mitnehmen. Also jeder, der in meinem Wochenturnierrückblick zu sehen sein möchte, der sollte diese Woche beim Wochenturnier dabei sein. Kleine Info für die Neuerung. Nächste Woche ist Eventwoche. Das heißt, jeden Tag ist ein neues, also Event-Doppelwoche. Nein, okay, warte, wir sagen es nochmal so. Nächste Woche ist Eventwoche. Das heißt, es gibt zwei Events. Das heißt, es gibt einmal das Event, das jeden Tag es einen Doppeltag gibt. Am Montag, also morgen, gibt es doppelt Mut. Am Dienstag gibt es doppelt, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube, doppelt Shop-Erneuerung. Das heißt, ihr dürft zweimal kostenlos die Shop-Items erneuern. Am Mittwoch, das ist ein wichtiger Tag, da gibt es doppelt Energie. Das heißt, eure Energietrophäen sowie die 100 Standard-Energien werden verdoppelt. Das heißt, wenn man Glück hat und man hat fünf Energietrophäen, dann hat man 400 Standard-Energie, die man am Anfang wegmachen muss, plus viermal aufladen. Das heißt, nochmal 200 Energie. Das heißt, insgesamt 600 Energie zu verspielen. Für die meisten Leute, die keine Energietrophäen haben, da heißt es einfach, die 100 Standard-Energie werden verdoppelt. Das heißt, ihr habt 200 Energie, plus viermal aufladen, sind 400 Energie insgesamt. Am Donnerstag gibt es, ähm, was gibt es denn da? Gute Frage, da gibt es auch irgendwas doppelt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, was es genau doppelt gibt. Da müsste ich mich nochmal informieren, das findet ihr alles im Forum. Aber am Freitag ist auch nochmal wichtig, denn da gibt es doppelte Trainingseinheiten. Das heißt, alle Trainingseinheiten werden verdoppelt. Wenn ihr fünf, ähm, Trainingstrophäen habt, dann habt ihr 70 Trainingseinheiten, die ihr verspielen könnt. Viel Spaß! Wenn ihr gar keine Trainingstrophäe habt, dann sind es nur 20 Trainingseinheiten, die ihr verspielen müsst. Ja, schönes, schönes Event, schöne Doppelwoche wieder. Ja, aber was auch noch interessant ist, dieses neue Eventsystem, was hier eingefügt wurde, findet auch seinen Platz in dieser Woche. Ich weiß nicht mehr genau, wann es startet, ich glaube schon morgen. Das heißt, es gibt Event-Missionen und hier irgendwo am linken Bildschirm ran will irgendwo so ein Pop-Up sein, keine Ahnung. Und diese Mission müsst ihr erledigen, um schöne Boni zu bekommen. Ich weiß nicht genau, was es für Boni geben wird. Ähm, das werdet ihr dann ab morgen sehen. Ich glaube, es startet morgen. Ähm, korrigiert mich, falls es nicht so ist. Aber auf jeden Fall wird diese Woche wirklich spannend und ihr solltet unbedingt dabei sein, diese Woche und Spaß haben am HeroZivo-Spiel. Ähm, wir schauen uns erstmal hier die Rangliste an. Ich habe 10 Donuts gewonnen. Naja, bisschen, ja, ist okay. Platz 29 in der Erfahrung, Platz 30 in der Ehre und Platz 43 im Team. 10 Donuts ist immer gut. Und ich bin immer noch auf Platz 2 hier in der R-Rangliste. Zero Nervo, wir immer noch auf Platz 1 und Giovanni Aprozin natürlich hinter mir hat sich vor Delphi geschickt auf Platz 3. Wochenturnier hat wieder neu angefangen. Da kann man jetzt am ersten Tag noch nicht viel dazu sagen. Ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie es heute Abend so ist, beziehungsweise jeden Abend mache ich einen Screenshot. Und dann werdet ihr wieder sehen, was sich so nach einer Woche getan hat. Wir schalten mal kurz auf S5, denn da ist mein Training auch gerade vorbei. Ich habe noch zwei Trainingseinheiten, dann bin ich hier durch. Hier greifen wir auch mal kurz hier Flat E-Eric an. Er hat nur 25% Booster, das heißt, er ist leichte Beute für mich. Und, ja, macht auch Spaß. Hier wieder ein Itemschluss. Ähm, ich hatte letztens hier wieder einen Schurke, hatte hier den Anzug bekommen, den amphibischen Anzug nur. Ich habe nicht, ähm, war nur unter den Top 10. Den habe ich jetzt heute wieder genäht, damit ich wieder ironisch aussehe. Denn hier möchte ich wirklich ironisch bleiben. Und hier bleibe ich auch ironisch. Wir können hier mal noch ein paar Skill-Punkte kaufen. 2, 2, 2, 2. Und nochmal einmal hier. Schaffe ich die letzten auch noch? Nein, da fehlen mir noch ein paar. Auch nicht viel. Aber egal. Ja, hier ist natürlich das Turnier auch neu angefangen. Und mal schauen, wie sich da die Leute hier battlen. Wie gesagt, es ist jetzt eine Stunde weniger Zeit, um die 300 Energie wegzumachen. Das heißt, man muss jetzt innerhalb von 3 Stunden 300 Energie wegmachen. Wenn man Energietrophäen hat, noch mehr. Und das ist natürlich nicht einfach. Man muss da donaten. Und wer da nicht, ähm, donaten möchte, der bleibt halt auf der Strecke. Und kann halt nicht Platz 1 im Wochenturnier werden. Nochmal zurück auf S6. Ich habe hier noch Heldentaten. Denn ich habe jetzt endlich mal den ersten Schurken miterlebt. Vor 2 Tagen. Ähm, heute kam nochmal ein Schurke. Der dritte Schurke bis jetzt auf S6. Also wenn, wenn ihr noch keinen Schurken auf S6 erlebt habt. Es kamen bis jetzt 3 Schurken auf S6. Einmal nachts um 2 Uhr. Dann kamen jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, am Freitag. Ich glaube am Freitag war es. Wart mal ganz kurz. Oh Mann, ich habe einen Nieser in der Nase. Aber er will nicht raus. Ich habe jetzt extra mein Mikrofon gemutet gehabt. Damit ihr euch das nicht mit anhören müsst. Aber jetzt ist er anscheinend weg. Ohne, dass ich genießt habe. Sehr gut. Ja, dann kam am Freitag, glaube ich, eine Schurke. Um die Mittagszeit rum. Ich weiß nicht genau. Oder 16 Uhr. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall kam heute auch ein Schurke. Um 18 Uhr, soweit ich weiß. Ja, um 18 Uhr. Und da habe ich natürlich auch mitgemacht. Nicht ein bisschen reingenommen hatte. Ich wollte unter die Top 10. Habe es nicht geschafft. Ich war am Ende Platz 15. Aber war auch okay. War vollkommen okay. Ich habe ein schönes Item bekommen. Das kann ich euch zeigen. Das war das hier. Der fast funktionsfähige Fluxkompensator. Hat meine Skillung wieder ein bisschen umgehauen. Aber trotzdem läuft gut. Ja, und da wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen hier, dass ich die ganzen Heldentaten hier abholen kann. 638 Münzen für einen Angriff auf einen Schurken. Für 5 Angriffe gibt es 3 Fähigkeitspunkte. Für 10 Angriffe gibt es einen Donut. Für 25 Angriffe gibt es 1411 Münzen. Für 50 Angriffe gibt es dieses nette Item. Den grünen Superklempneranzug der Sorobaproos mit total minus 2 Skillpunkten. Das bringt mich sehr weiter. Für 100 Angriffe gibt es 3 Fähigkeitspunkte. Und für 250 Angriffe gibt es 4 Donuts. Dazu gab es noch den Besieger einen Schurken. Die Besieger eine Schurkeheldenthal. Wo ich sogar ein Plus-Einem bekomme. Ein ganz netter Nanosuit in tiefschwarz mit Plus 3. Und die erreichte Stufe 140 habe ich jetzt noch nicht abgegeben. Aber die habe ich natürlich auch bekommen. So, schau mal, das konnte ich anlegen. Ja, hilft mir ein bisschen mehr Kundi. Das müsste ich später vielleicht noch ein bisschen umtauschen. Zur Zeit nicht. Ist alles gut, wie meine Skills zur Zeit sind. Ich werde hier mal 1, 2, 3 mal blättern. Hier gibt es nämlich neue Items für mich. Die ich mir mal fix so ein bisschen kaufen kann. Nicht viel werde ich hier blättern. Aber ein wenig, um neue Items dazu zu gewinnen. Minus 12. Neue Brille. Alle ewigen Items werde ich jetzt hier verkaufen. Super. Damit ich mich hier mit normalen Items eindecken kann. Was ich eigentlich nicht möchte. Aber es gibt gerade keine anderen hier. Plus 14 ist auch nochmal nice. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Jetzt habe ich natürlich wieder viel Kraft. Was ich nicht unbedingt möchte. Aber das können wir dann durch ein bisschen Waschen noch abändern. Aber es kann sein, dass es Donnerstag doppelt Waschen gibt. Das könnte sein. Ich weiß jetzt nicht genau. Minus 7 Items. Okay, das dürfte jetzt erstmal gewesen sein. Hier noch plus 16. Okay, das war's. Mehr suche ich jetzt nicht. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen waschen. Ich habe jetzt 2000 Kraft, Leute. Was ist da denn los? Was ist da denn los? Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen noch an Kraft machen. Training müssen wir jetzt auch hier abgeben. Ei, ei, ei. Viel zu viel zu tun hier. Duelle können wir noch nicht wieder machen. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, um hier zu waschen. Zumindest die Kraft muss weg. Die Kraft muss unbedingt weg. Hier ist 430 Kraft. Brauche ich ja unbedingt. Gucken wir mal, was Gutes rauskommt. Ja, Intuition. Alles auf Intu. Sehr gut. Jetzt habe ich hier noch irgendwo ein Kraft-Item hier. Die Brille muss auch noch Kraft weg. Und am besten auf Grips. Zweimal gewaschen und zweimal perfekt gewaschen. Das eine mal kostenlose Waschen von Kraft komplett auf Intu. Und das andere kostenlose Waschen von Kraft auf Grips. Besser geht es nicht. Ich freue mich. Ja, was soll ich noch sagen? Ich verskill hier mal noch ein paar Punkte. Oh, ich habe sogar kostenlose Punkte. Aber erstmal schnell hier das Training beenden auf Server 5. Oh, was mache ich denn hier? Verkleinern wieder. Wir wollen doch hier nichts vergrößern. Ja, hier gibt es noch 6 kostenlose Skillpunkte. Muss ich mal kurz gucken. Alles gleich gut. Sehr gut. So, 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 so. Mach mal jetzt einfach mal so. Hä? Egal. So, zack, 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 zack. Auf 13.000 erhöhen. Hier auch auf 13.000 erhöhen. Dürfte sich eigentlich auskäsen, wenn ich hier alles auf 13.000 mache. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich habe alle meine Skills von den Münzen her auf der gleichen Stufe. Variiere meine Skills nur durch Training, weil ich mache kein Krafttraining mehr. Seht ihr auch hier. 300, 400, 500, 500, 500. Und meine kostenlosen Skillpunkte mache ich auch nicht auf Kraft. Und den Rest mache ich halt durch meine Kleidung, die ich hier habe. Dadurch variiere ich eigentlich am meisten in meiner Skillung. Und klappt bisher auch alles gut. Mache ich auf S5 genauso. Und deswegen sehe ich da keinen Handlungsbedarf. 13, 6, 1, 6. So, sehr gut. Jetzt haben wir noch ungefähr 10 Skillpunkte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, das wäre es. Da waren wir durch. Da waren wir durch. Einen Angriff mache ich noch mit hier rein. Und dann würde ich schon wieder die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute mal wieder ein bisschen unplanmäßig. Oder wie soll ich das sagen? Plan? Ja, egal. Ich dachte mir einfach mal, da ich die Schurken-Heldentaten hatte und euch ein bisschen was zu den aktuellen Schurken sagen wollte, habe ich mir gedacht, ja, ich mache jetzt mal eine Folge. Wie gesagt, ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt. Manchmal lasse ich zwei Folgen hoch, manchmal nur eine. Also, es ist ein bisschen unterschiedlich. Aber die Folgen, die in meiner Timeline oben in meinem Kanal-Banner stehen, die kommen auf jeden Fall. Und was dazukommt, ist alles Bonus. Und ich hoffe, euch gefällt es so, wie es zurzeit läuft. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und adios amigos. Bis zum nächsten Mal.